hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown mit mir dem herrn gleich aus kill in the mines sofort und gleich youtube gegen beer bath and beyond und das ist unser letztes rummatch in diesem rumble wie verzieht er eigentlich gerade den mund hier wo guckte denn überhaupt hin naja also gucke ich nach unten dann gucke ich euch an egal also heute schielt er nach oben was soll ich machen ich habe jetzt gar zeit mehr dafür ich war jetzt an hier mit einem bänder dann haben wir hier welkom mojitos und irak lobster marmalade und das sind genau die 23 punkte und so wenn ich kaffeetrinker kennt mich kamera nicht mehr so groß ist die kaffeetasse das ist ja schlimm schaut er denn in guck mal nach da also so jetzt sieht die sache ein bisschen besser aus ich jetzt noch das schaffe dass das ding hier nicht so ganz verzogen ist dann ist ja alles wunderbar meine güte was ist denn heute los hier sieht man ja gerade gar nichts keine leben alles nur halb so groß okay ja unter ein bisschen unter zeitdruck so das gibt ich jetzt auch schon schnell weg oder ne ne jetzt warten wir noch kurz moment aber ja doch jetzt gibt es was soll da jetzt passieren gegen hauler von bier jetzt guckte schon wieder so komisch oder nee alles klar waschbär würde jetzt der sofort sagen waschi nein mein schwarzer red panda spinnt gerade ein bisschen also ich muss jetzt heute scheinbar ja erkennt er nicht so gut gerade so dann haben wir hier den bänder wieder 40 schaden das ist natürlich jetzt ein bisschen unangenehm dass er da jetzt mit sowas ankommt aber auch das sollte jetzt dann reichen und das habe ich schon weg es gibt nein das waren fehler oh mein gott hat doch genug punch noch von der seite bekommen meine güte schade egal jetzt so passiert es halt auf jetzt kommt es ist er wird wieder auf super 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 es wäre jetzt match nummer drei mit über 40k da haben wir noch über zwei stunden zeit ja und irgendwie hängt sich gerade das tablet auf ja leute darauf habe ich jetzt gerade keinen bock deswegen